Jeder schreit nach Impfstoff. Diese Woche bringen die Transporter erstmals mehr davon nach Salzburg als je zuvor. Nämlich gut 33.000 Dosen. Eine ausgeklügelte Logistik ist dafür notwendig, mitzuerleben beim Pharma-Großhandelsunternehmen Jakobi in Halle in Kaltenhausen. Heute kommt die Impfdisponentin des Landes zur Besprechung. Es schreit jeder danach. Es ist einfach zu wenig Impfstoff da gewesen. Es ist natürlich auch jetzt noch immer zu wenig da, um alle auf einmal zu bedienen. Die Aufteilung der Dosen an die Impfstraßen, Impfordinationen und Betriebe ist oftmals eine Herkulesaufgabe. Natürlich, die Enttäuschung ist manchmal da, bis in einer Pandemie. Das ist einfach auch unsere Aufgabe als Verwaltung, in so einer Situation einfach herzuhalten. Und wir halten her. Wir sehen das als Verpflichtung und dem Bürger gegenüber. Aber ab dieser Woche soll es mit den Mengen eben aufwärts gehen. Mit Lieferungen von allen vier Herstellern. Von BioNTech-Pfizer, von Moderna, von AstraZeneca und auch von Johnson & Johnson. Ja, es ist richtig. Die Impfstoffmengen steigen jetzt wirklich dramatisch an. Das ist eine wunderbare Entwicklung. Hier ist man froh, für die Logistik zuständig zu sein und nicht für die Impfstoffzuteilung. Es ist für mich unglaublich. Die Frau Achatz ist immer reichbar, egal ob in der Früh, am Abend oder am Wochenende. Es funktioniert wirklich, wirklich gut. Wir haben ja doch immer wieder Umstellungen, weniger Mengen, mehr Mengen. Wir müssen kurzfristig auf alles Mögliche reagieren. In den kommenden Wochen und Monaten wird also zusätzlich deutlich mehr Impfstoff erwartet. Könnte dies umgekehrt logistische oder organisatorische Schwierigkeiten bereiten? Mehr Impfstoff wird uns kein Problem bereiten. Träumen Sie schon von Impfstoffen und Impfdosen? Nein, Gott sei Dank nicht. Ich habe noch mehr Fantasie als Impfstoff in meinem Kopf. Ich habe noch mehr Impfstoff in meinem Kopf.